Wieso fliegst du einfach weg? Was willst du denn für ein Freund? Ich wollte doch die Kiste looten. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spieleformat, das ich und Karazhan mal ausprobieren. Nach Minecraft und wie ist das andere? Soldat. Versuchen wir uns jetzt mal Pro Force, was grafisch auf jeden Fall besser ist wie Soldat, um Längen. Stimmt's, mein Freund? Ja, ganz genau. Und ich habe keine Ahnung von dem Game, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es noch nie gezockt, irgendwie großartig angeguckt oder sowas. Also ich bin da genauso Frischling wie ihr. Ich habe es schon gespielt. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Lobby und legen hier los. So, auf geht's, ab geht's. Endlich haben wir es gepackt, du Amateur. Ja, ist doch super, ne? Da kannst du nichts machen. Lass uns loslegen, ja. Ich spiele übrigens das Game mit Gamepad, Posture mit Tastatur und ich muss sagen, ich glaube, mit Gamepad bin ich um einiges besser dran als er. Das stimmt allerdings, ich muss zumal... Oh. Oh. Hä? Ich muss meins mal unbedingt konfigurieren. Warte, da unten ist einer, der sagt Safe. Das war nicht da hin. Ähm, ja. Ähm. Alter, ich habe... Boah. Barbaracus, yeah. Ach so, ja, da kannst du dir, wenn du diese Safe-Typis da nimmst, kriegst du neue Leute. Okay. Boah, alter. Krieg ich die dann permanent, oder? Nee, ja, also, außer du stirbst einmal. Wenn du stirbst, kriegst du natürlich einen neuen. Dann kriegst du den alten wieder. Nee, dann kriegst du irgendein Random. Und wenn du diesen Safe da machst, äh... Ah, okay. Dann natürlich. Hey, wie komme ich da hoch? Nach rechts gedrückt halten und gleichzeitig springen. Dann tut er dieses Messer nehmen. Einfach und springen dabei. Genau. Ah, alles klar. Okay, das ist ja praktisch. So. Ach, Safe-Punkt? Was bist du? Was ist das für einer? Ich weiß es nicht. Geht's da runter? Ja, dann sind wir tot. Nein, nein, nein. Wow. Ich wollte das Messer nehmen. Ich rette dich, mein... Ja, ich bin hier oben, lass mich frei. Mein Prinzessin Peach. Das ist irgendwie komisch. Das ist nicht komisch. Du kommst einfach um mich. Oh, das ist jetzt hier der Chuck Norris. Ja. Das wird... Rommel. Wow. Oh, jetzt bin ich MacGyver. Wow. What the fuck? Wie komme ich da hoch? Das ist der... Ja, aber... Alter, hast du nicht 2D-Spiel gespielt? Doch, aber... Ne, ja, du meinst, der kann nach oben fliegen. Ach so. Ja, siehst du den? Ja, bist du tot? Ne. Ne. Hey, ich wollte doch den Chuck Norris behalten. Ach so. Ach so, sag das doch. Ja, wieso sagst du mir sowas? Du verwirrst mich. Hey, hier ist die Kiste. Oh, oh. Wo? Ja, dann musst du draufschießen auf die Kiste. Ja, glaube ich auch. Das dachte ich mir schon. So, hier, gehen wir nach oben. What? Wieso fliegst du einfach weg? Was willst du denn für ein Freund? Ich wollte doch die Kiste looten. Habt ihr das gesehen? Der fliegt einfach weg. Du kamst sogar oben der Statistik. Also, wie geil ist das denn? Wow. Ey, hallo? Warte doch mal. Lass doch hier alles abluten und sowas. Da kannst du doch nichts looten, ey. Doch, hier sind Kisten. Wow. Du hast jetzt die Kisten oben betätigt, dass die mich unten zerstören. Jetzt ruhe ich mich unten auch wieder raus. Was? Was ist denn jetzt im Ernst? Ich wollte unten lang gehen. Er geht oben lang und tötet mich einfach. Wow. Soll ich dir helfen? Hallo? Ja, mach mal. Hallo? Hallo? MacGrower. Okay. Ah, MacGyver. Ah, okay. Alles klar. Wäre aber mal schön, wenn du nicht direkt immer irgendwo überall hochgehst, bevor ich noch irgendwelche Kisten betätigen will oder sowas. Ups. Was ist das denn? Was war das? Ihr habt gut ge... Jetzt hast du gebanntet. Das hast du so gebanntet. Wow. Was machst du? Wow. Du bist ja richtig geil. Was sagst du zu mir, was machst du? Jetzt hat er sich schon wieder umgebracht. Hey, das gibt's nicht. Du bist so umziehtgefährdet in dem Spiel. Och, nee. So. Warte, wie springen? Ach, da. Über die Leiter. Ach, das ist ein Leiter. Genau. Gehen wir doch einfach mal den einfachen weg. Oh, fuck. Genau das ist passiert. Moment. Da. Ne, die Leiter ist bei mir. Nein. Nein. Ich bin tot. Jawoll. Er ist tot. Oh. Der freut sich. Wir müssen hier Teamplay machen. Der freut sich. Ich glaub's ja nicht. Da bin ich mal gespannt, wie lange er braucht. Ja. Ach, da komme ich doch jetzt hoch, oder? Oh. Ja. Hoch, aber nicht runter. Also was passt. Mit Gamepad bin ich sehr im Vorteil, habe ich das Gefühl. Wow. Burn, baby. Wow. Yes. Uh. Gut. Da geht's weiter. Da unten ist safe. Safe. Oh, oh. Oh, oh. Ich muss hier weg. Wir müssen beide hier weg. Oh, fuck. Ich bin tot. Großes Boom. Ja. Großes Boom. Was ist das? Ist das eine Bombe? Ich gehe da mal nicht hin. Ähm. Da unten ist uns safe. Achtung. Die Züge. Der zieht. Der hat dich geschossen. Du kannst nicht irgendwie Schaden nehmen, oder so? Ich war tot. Ne, aber ich. Ich habe einmal Schaden genommen und war direkt tot. Ja, genau. Da ist noch einer. Du darfst keinen Schaden nehmen. Du darfst keinen Schaden nehmen. So ist richtig, ja. Bleib da stehen. Oh. Okay. Warte, ich habe mir hoch. Alter, ich höre die Knöpfe vergewaltigt. Ach, das hörst du? Die Knöpfe, die höre ich. Ja, das ist das Problem. So. Das ist eine Schlechte. Die zweite. Ich räume die mal auf für dich. Ja, ich auch. Oh, fuck. Pass auf. Auf. Und du das safe? Pass auf. Ja, hol du's. Ne, ich will's nicht. Ich habe einen guten Charakter. Ich will's auch nicht. Ich auch. Wir haben's eh gepackt. Wow. Aber warte mal. Ne, ich geh jetzt hoch. Ich mach das genauso wie du, du toller Freund. Kamerad. Das ist da unten, das ist egal. Jawohl. Ich hätte es fast noch draufgepackt. Wow. Wir haben eine Minute 20 gebraucht. Okay. Beim ersten, beim zweiten Durchgang. Oh, fuck. Robocop habe ich. Robocop. Was habe ich denn? Bei mir ist noch die Flagge da. Hä, wieso lebst du jetzt noch? Weil ich noch in dem Ladeding war. Ach so. Ich habe schon geschossen und so. Geh mal eins nach links. Ja, eins nach links. Ja. Oh. Wow. Oh nein. Was habe ich denn da? Oh. Ja, geh nach hoch. Oh, fuck. Da oben ist ein Save Me. Guck, da links. Da kannst du durchschlagen. Genau. Perfekt, ey. Da ist er irgendwie traurig, dass du sofort stirbst und nicht irgendwie Schaden nehmen kannst oder sowas. Ja, das ist der Spaß da dran. Der unglaubliche Spaß da dran. Du bist tot. Oh, fuck. Och, du Scheiße. Die habe ich ja ganz vergessen. Da werde ich... Wir werden mal Spaß haben. Ist das ein Endpost? Ähm, fast. Fast. Ja, wir haben das Spiel gleich durch. Was? Oh, fuck. Die sollte eigentlich nicht hin. Das war... Oh, oh. Dahin ist doch ein Save Me. Sag das doch. Unten ist auch irgendwas. Ach, kann man die Dinger hier oben nicht irgendwie einsammeln? Nee, 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 nee. Das sind einfach nur Sachen, die explodieren. Jetzt pass mal auf, die räuchere ich aus. Wow. Respekt. Wow. Oh, oh. Jetzt haben wir die aber. Oh. Oh, geh weg. Geh weg. Werft da auch eine Granate da oben hin? Oh, fuck. Jetzt. Oh, fuck. Die Granate hat mich voll weggefunkt. Nicht, ich, ich, ich nicht. Warte mal. Können wir nicht von hier und von hier durch? Ja, genau, genau. Geh mal von hinten und knallt du den von hinten ab. Und dann komme ich von, genau. Jetzt guckt er zu mir. Genau. Jetzt guckt er wieder zu mir. Jawoll. Da ist, da oben ist noch einer. Kannst du den irgendwie eine Granate hochwerfen oder sowas mit? Jetzt guckt er zumindest gerade zu mir. Ah, eine Granate nach oben. Oh, die ist zu mir. Wow. Das ist dein Ernst. Jawoll. Er haut einfach ohne mich ab. Was bist du denn für einer? Wow. Ich mach das genauso wie du bei mir. Ja. Okay. Ich würde sagen, das war die erste spannende Folge Pro Force mit Karazor und mir. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch vielleicht ein Like mit das Kombi, vielleicht sogar ein Abo. Da würde uns sehr freuen. Und dann nicht vergessen, auf beiden Kanälen vorbeizuschauen. Wir haben beide super viele Videos drin, die auch sehr spannend sind. Ja, toller Freund. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.